Herzlich Willkommen auf DART-Blog, schön, dass ihr wieder einschaltet und heute geht es mit dem versprochenen Teil los. Mentales Training oder sportpsychologisches Training im Dartsport und da schauen wir uns erstmal an, wie kann uns das überhaupt helfen? Wie sind die Wirkweisen von diesen Trainingsmethoden? Denn gerade so für Spieler im älteren Bereich, also die keine Jugendlichen oder Kinder mehr sind, ist es unheimlich schwierig etwas umzusetzen, wo man nicht genau weiß, was bewirkt das, wie funktioniert das bei mir und wenn man dann nicht sofort sieht, dass da eine Verbesserung eingetreten ist, ja dann hört man dann sehr schnell auf und die Motivation ist dann ja gleich null. Sportmetalltraining oder sportpsychologisches Training ist keine Sache, die man einmal anwendet wie eine Tablette oder wie eine Pille, wo man sagt, okay ich habe hier eine Krankheit, man schluckt was, alles wieder in Ordnung oder man sagt, okay ich muss jetzt zehn Tage lang eine Tablette nehmen und dann ist alles wieder okay, sondern das ist genau wie das Muskelaufbautraining oder das Ausdauertraining eine Sache, die müssen wir trainieren. Unterschiedliche Ansätze, unterschiedliche Werkzeuge, wir müssen in uns hineinhorchen und das ist Arbeit. Das ist also eine Sache, die mehrere Wochen, mindestens mehrere Wochen, wenn nicht sogar Monate dauert, bis dass man den absoluten Kick dann bekommt und die Leistung nach oben schießt. Und wenn man mental Probleme hat, also seine Leistung nicht abrufen kann oder in irgendeiner Art und Weise nicht immer, sagen wir mal, gedanklich auf dem positiven Aspekt des Trainings, des Sports und auch der Wettkampfsituation ausgerichtet ist, dann ist genau das hier die Möglichkeit, sich nochmal enorm zu verbessern. Auch für das Wurftraining, also für die Technikunterstützung ist mentales Training hervorragend geeignet, aber das werden wir im weiteren Verlauf sehen. Wir fangen erstmal an, was ist das überhaupt und wie wirkt das? Zuerst einmal müssen wir uns angucken, was wollen wir eigentlich bezwecken mit unserem Darttraining? Wir versuchen also Darttraining dazu zu benutzen, um unsere Leistung zu verbessern. Das ist also Anfang und Ziel. Dazwischen sind aber verschiedene Programme, die wir fahren, um dieses Ziel zu erreichen. Im Dart ist es leider so extrem begrenzt, da geht es meistens nur um Einschleifen. Diese Einschleifenmethode soll dazu dienen, uns einen perfekten Wurf zu geben. Viele gehen davon aus, eine einheitliche Bewegung, die immer wieder gleich ausgeführt wird wie eine Maschine, führt dazu, dass wir bessere Leistungen erzeugen können. Wir gucken uns mal hier diesen Wurf an und den Wurf können wir von außen betrachtet nur morphologisch erarbeiten. Das heißt, wir sehen, ist er rhythmisch, sind da Fehler drin oder wie würde ich ihn beurteilen? Und hier kann man davon ausgehen, der ist ganz gut, der ist rhythmisch, der ist gut ausgeführt und ich würde jetzt sagen, der passt. Was wir aber nicht sehen, was steckt eigentlich dahinter, wie viel Training, welches Talent oder vor allen Dingen, welche Rückkopplungsmöglichkeiten hat der Spieler? Er bewegt sich, er führt aus, was kriegt er für eine Rückmeldung, sodass er spürt, okay, das war gut, das war nicht gut. Und ja, es gibt viele, viele Sachen, die eigentlich dazu führen, dass man einen guten Wurf hat oder auch, sagen wir mal, eine gute Wurfausführung hinbekommt. Und wir haben jetzt schon ein paar Sachen kennengelernt, die sehen wir nicht, die können wir einfach nicht nur so spüren. Das ist so ein Gefühl, ja, ich weiß gar nicht so richtig, wie ich es beschreiben soll, sagen sehr viele, wenn ich mit Ihnen darüber spreche. Wie hat sich das gerade eben angefühlt? Ja, kann ich nicht beschreiben. Und genau das, diese Komplexität, die werden wir uns jetzt erstmal angucken, weil so von außen sehen wir überhaupt gar nicht, wie das Ganze vonstatten geht, wie der Wurf überhaupt in unserem Körper funktioniert. Und dazu muss man also wissen, dass unser Gehirn die Hauptaufgabe trägt, über die Hirnrinde kommen die ersten Informationen an. Also wir haben eine willkürliche Bewegung, es gibt auch welche, die zum Glück unwillkürlich sind. Das sind also so Sachen wie Atmung, Herzschlag und so weiter. Zum Glück sind die so, weil der eine oder andere könnte es bestimmt vergessen. Ich gehöre auch dazu, der höchstwahrscheinlich andere Prioritäten setzt, als ständig zu atmen. Und so ist es nun, dass von der Hirnrinde dann über das kleine Hirn, da gibt es ja so viele Wege, das sind alles Impulse, Signale, die dann über das zentrale Nervensystem an die jeweilige Skelettmuskulatur gesendet werden, um dann die richtige Bewegung auszuführen. Und das alles kann nur funktionieren, wenn in dem Gehirn das richtige Programm dazu vorhanden ist. Also ich würde es mal mit einer Lochkarte vergleichen. Und diese Lochkarte, da ist also das gesamte Programm drauf. Und wenn wir uns das nochmal angucken, ich habe ja vorhin gesagt, viele wollen dieses Einschleifen als Trainingsmethode umsetzen. Kann man machen, ist jetzt nicht unbedingt das Schlimmste oder Schlechteste. Aber es gibt bessere Methoden, ist natürlich auch ein individuelles Ding. Aber wenn ich also versuche, immer wieder dieselbe Bewegungsausführung zu machen, dann habe ich natürlich auch in meinem Kopf eine gewisse Vorstellung, die dazu führt, dass all das, was ich nicht richtig mache, gleichzeitig mit einer inkonsequenten oder fehlerbehafteten Wurfausführung zu tun haben muss. Aber da kommen wir auch noch im späteren Verlauf drauf zu sprechen. Es geht da in diesem Bereich denn um die motorische Entwicklung. Also wir haben jetzt erstmal gesehen, der Ablauf spielt im Gehirn über das Rückenmark, das zentrale Nervensystem, dann jeweils über die Nervenbahn an die jeweiligen Skelettmuskulaturen und dann wird die ganze Sache ausgeführt. Sehr komplex. Und wenn das alles in Ordnung ist, wenn also wir keine Nervenschädigung haben oder unser Gehirn völlig intakt ist, es gibt natürlich auch Probleme, Schlaganfallpatienten, die haben sehr, sehr große Probleme mit der Koordination und mit der Ausführung von Bewegungen. Also das bedeutet, wenn dieser Bereich hervorragend gestaltet ist und sagen wir mal so im Normalen arbeitet, dann besteht die Möglichkeit, dass wir die Bewegung ausführen. Wir sind jetzt also hier an einem Bereich, der durch Training beeinflusst wird, aber auch mental beeinflusst wird. Aber es fehlt natürlich noch etwas, um, sagen wir mal, diese Bewegung auszuführen. Und dazu kommen wir jetzt. Ja, und dann gibt es ja immer so diese tollen Trainingsweisheiten und davon gibt es im Dart unheimlich viele und davon kann man 90% eigentlich in die Tonne treten. Einer davon ist, schalte dein Gehirn aus. Du darfst nicht denken. Denken führt zu nichts. Inhaltlich mag er vielleicht den richtigen Ansatz verfolgen, intuitiv vielleicht, ja, dass man sagt, vielleicht nicht negativ denken. Aber generell ist diese Aussage eigentlich völlig sinnbefreit, weil sie führt nicht dazu, dass der Gegenüber versteht, um was es geht. Genauso wie dieses, ja, mein absoluter Lieblingsspruch. Wenn du keinen Killerinstinkt hast, vergiss es. Kann man nicht trainieren, ist genetisch bedingt und, ja, bist halt ein Loser. Such dir eine andere Sportart oder du musst damit leben. Also, was das bei dem Gegenüber auslöst, also diese völlig absolute Desinformation, das ist unglaublich. Die Leute werden einfach demotiviert, weil sie denken, kann ich sowieso nicht, kann nichts machen, schade. Ist leider so, ich bin halt, ja, ein Nichtskönner. Ja, das ist extrem traurig und ich will jetzt mal hier kurz zeigen, wir haben ja gesehen, wie das Gehirn die Aufgabe übernimmt und dafür sorgt, dass es also als Prozessor die Peripherie ansteuert, sodass wir werfen. Und es fehlt aber noch etwas. Und wir haben ja gesehen, willkürliche Bewegungen werden, ja, und da brauchen wir den Ansatz. Wir müssen dem Gehirn zeigen, so, hier ist eine willkürliche Bewegung, weil ich habe jetzt das, dies oder jenes vor. Im 19. Jahrhundert hatte schon William Carpenter eine Beobachtung gemacht und eine Gesetzmäßigkeit formuliert, die auch als Carpenter-Effekt oder ideomotorischer Effekt in die Lehrbücher eingegangen ist. Dass also Beobachtung, die wir machen, von Bewegung dazu führt, dass wir selbst im geringeren Maße diese Bewegung sofort nachmachen. Das gleiche gilt im noch etwas reduzierteren Maße dann auch für das Gedankliche. Die Vorstellung einer Bewegung führt dazu, dass wir die Bewegung so ein bisschen nachmachen. Diese ganzen Effekte kann man dann in der, sagen wir mal, Wünschelroutengänger oder zum Beispiel in Pendeln. Ihr könnt ein Pendel nehmen und könnt euch dieses Pendel dann bei geschlossenen Augen so vorstellen, wie es kreisförmige Bewegungen macht. Und wie man sogar bei mir sieht, vielleicht nicht ganz so ausgeprägt, da kriegt man gleich diesen Gedanken, den mache ich Tatsache mit dem Oberkörper mit. Und so funktioniert dieser Effekt. Ich habe ja auch mal ein Video hier drauf gemacht, wo es darum ging, sich intensiv vorzustellen. Schlossene Augen, Vorstellung, du bist auf dem Schiff, dann vielleicht noch Musik dazu anmachen. Und ganz intensiv vorstellen, wie man durch den Wellengang von links nach rechts geworfen wird. Man geht dann durch die Kabinengänge durch und merkt, wie man von links nach rechts geschleudert wird gegen die Wand. Und wir werden sehen, wie mentales Training genau auf diese Möglichkeiten abzielt, auch gedanklich über die Vorstellung genau das auszuführen. Und da sind wir nämlich jetzt dabei, wenn man sagt, okay, schalte einfach mein Gehirn aus. Nein, es ist kein Gehirn ausschalten, sondern ich habe im Grunde genommen den Ansatz, das Richtige zu denken und dann auch das Richtige auszuführen. Denn anhand von diesem Beispiel sieht man, was passiert denn, wenn ich jetzt an das denke, nicht in die 5 zu treffen, also nicht zu versagen. Und hier muss man wissen, das Wort nicht, diese Verneinung kann das Gehirn nicht verstehen. Und wir wissen, das Gehirn ist dafür zuständig, die Signale weiterzugeben an die Skelettmuskulatur und dann die Ausführung zu gestalten. Also führt es dann dazu, dass wir genau das ausführen, was wir eigentlich nicht wollen, weil das Gehirn das nicht nicht versteht. Und eigentlich nur sagt, okay, du hast gesagt, ich soll es machen, ich mache es. Und dann werfen wir in die 5. Und wir verstehen dieses Prinzip aber nicht, wenn wir in die 5 werfen. Natürlich darf man diese ganzen Probleme von wegen Wurfkreisdurchmesser aufgrund von Kompetenz, das darf man nicht außer Acht lassen. Also man wird auch durch mentales Training oder durch sportpsychologisches Training nicht zu einem Überflieger, wenn man motorisch limitiert ist. Man wird aber definitiv zu einem besseren Spieler, auch wenn man motorisch limitiert ist, als wenn man es nicht macht. Egal wie, egal wie talentiert, es hilft generell weiter. Wir sehen also anhand von diesem Prinzip, dass wir also Bewegung erstmal sehen müssen, um sie auszuführen. Bedeutet aber auch gleichzeitig, wer noch nie einen Dartspieler gesehen hat, wer noch nie gesehen hat, wie ein Dartpfeil geworfen werden soll, der hat gar keine Vorstellung und der macht irgendetwas, was er schon mal gesehen hat, was er erlebt hat und versucht das zu adaptieren. Aber höchstwahrscheinlich wird er dann so wie hier werfen. Und das ist auch eine Sache. Viele sagen, man darf nicht kopieren. Natürlich darf man auch nicht kopieren. Jeder hat so einen anderen Stil. Jeder hat auch ganz andere geometrische Voraussetzungen für seine Gliedmaßen. Das heißt also, dass ich Sachen, die nicht meiner Ergonomie entsprechen, dass ich die nicht nachvollziehen kann und auch nicht so umsetzen kann. Aber generell ist es erstmal wichtig, sich anhand von anderen Spielern die Merkmale herauszuarbeiten. Zu erkennen, wie funktioniert das überhaupt? Wie ist es am besten zu werfen? Und dann kann man das sehr gut auf sich adaptieren. Ohne diese Vorstellung, da passiert überhaupt nichts. Da ist eigentlich das Schlechteste, was es überhaupt gibt. Und dafür gibt es ja Trainer. In jeder Sportart gibt es Trainer, die genau hier mit dir zusammen arbeiten, um diese Erkenntnisse zu schaffen. Die dir das Wissen vermitteln, was du zu tun hast. Und dann führst du es im Grunde genommen selbst aus. Und die Hilfestellungen können unterschiedlich sein, dass du dich dann dadurch ein bisschen besser entwickelst. Dann schauen wir uns die Lernphasen des motorischen Lernens an. Also wir müssen ja irgendwo anfangen. Klar, Ziel ist, wie vorhin schon erwähnt, die Automatisation. Automatisieren bedeutet, ich bin in einem Könnerlevel angekommen, wo ich nicht mehr über meine Bewegung nachdenken muss. Und jeder, der anfängt mit irgendeiner sportlichen Aktivität, weiß, wie sehr er so anfängt zu zerdenken. Und ach, wie funktioniert das, je komplexer die Bewegung ist, desto schwieriger wird sie zu erlernen sein. Und desto eher wird man viel Energie dort reinsetzen, die Bewegung zu verstehen. Jedenfalls bei uns in unserem Altersjahrgang oder in der Altersstufe. Kinder lernen auch ganz anders, liegt aber auch an der Entwicklung des Gehirns. Da ist es noch nicht so wie bei uns, dass wir uns über die Zukunft und so weiter Gedanken machen, gerade was das Motorische angeht. Also, wir haben hier ein einfaches Modell. Es gibt verschiedene Modelle, aber wir gucken uns das mit den drei Phasen an. Grobkoordination, Feinkoordination und dann Feinstkoordination oder auch Automatisation. Das ist immer unser Ziel. Ich will genauso wie gehen, essen, Zähne putzen. Ich will also nicht mehr darüber nachdenken, was ich mache, sondern ich initiiere durch den Gedanken, ach, ich will jetzt das, dieses und jenes. Ich greife und dann fängt es an, ohne darüber nachzudenken. Ich kann teilweise noch andere Sachen machen und merke erst dann, wenn es dann zum Beispiel zu einer Störung kommt, und Störung ist in diesem Fall, sagen wir mal, ich putze die Zähne mit rechts, dann nehme ich die linke Hand zum Zähneputzen. Was passiert? Es ist alles wie neu. Ich muss erstmal alles neu lernen und vielleicht tue ich mir sogar dabei weh. Das heißt also, wir haben einen Ablauf und den beherrschen wir korrekt, kompetent und können ihn gut ausführen. Und genau das wollen wir. Störende Einflüsse, die sind natürlich im Wettkampf dann auch vorhanden. Und da müssen wir dann durch den automatisierten Prozess keine große Angst mehr haben, dass wir hier Schwierigkeiten erhalten. Deshalb ist das unser Anliegen. Also gucken wir uns diese drei Phasen einfach mal an. Die Gruppkoordination, das ist die erste Phase und hier ist es also so, hier muss erstmal zum Anfang eine Vorstellung von der Bewegung gemacht werden. Das heißt also, wir müssen sehen, wie die Bewegung ablaufen soll. Wir werden die ersten Bewegungen, die wir machen, die werden sehr unrhythmisch sein, nicht flüssig. Wir werden vielleicht auch falsche Bewegungen machen. Und hier ist normalerweise, gerade beim motorischen Lernen, ja durch Hilfestellung eigentlich den Leuten sehr gut geholfen, weil sie nämlich eine Rückmeldung bekommen. Und im Dart-Sport ist es so, wenn ich das alleine mache oder in einem Verein bin, da kriege ich kaum eine Rückmeldung. Weil keiner im Grunde diese Kompetenz hat als Trainer zu sagen, guck mal, du könntest mal das jedes Mal ausprobieren, weil er auch genau verstehen muss, wie denkt er, Rückmeldung braucht er, er muss also verstehen, was ist jetzt in ihm. Er sieht nicht nur den äußeren Bereich, sondern er merkt auch anhand von Fragestellungen, was in dem Kopf des anderen vorgeht. Und so erarbeitet er dann langsam mit ihm das Konzept. Und das fällt also im Grunde im Dart komplett weg. Von daher sind viele, die sich entwickeln, einfach Talent oder haben Glück. Haben die richtige Sache an der richtigen Stelle zum richtigen Zeitpunkt ausgeführt. Wir gucken also, also diese motorischen Bewegungen sind sehr unkoordiniert. und jeder von außen sieht sofort, dass es sich hier eigentlich um Anfänger handelt. Man sieht es auch daran, dass also die Bewegungen teilweise mit viel zu viel Kraft ausgeführt werden. Die werden von der Beschleunigung her zu stark ausgeführt. Und das sind so Merkmale, wo man erkennt, das ist noch die Grobkoordinationsphase. Und hier ist zum Beispiel jeder Stress, der von außen kommt, ob das jetzt zum Beispiel Geräusche sind oder ich spreche denjenigen an, führt dazu, dass das gesamte System erstmal komplett zusammenbricht. Die nächste Phase ist dann die der Feinkoordination. Und bei der Feinkoordination, da ist es dann schon so, dass wir, ja die, man sieht diesen Lernverlauf. Es läuft schon alles ein bisschen flüssiger ab. Man kann teilweise auch sogar schon sehr gute Ergebnisse erzielen. Es ist aber immer noch so an gewissen Stellen, stockt das einfach. Und das sieht man sehr gut zum Beispiel in Situationen, wo dann auf einmal Stress hinzukommt, in Wettbewerbsbedingungen oder Situationen. Da merkt man dann, da kommt man wieder so in dieses alte Muster zurück. Da ist dann, da ist noch nichts automatisiert und wir sehen dann auf einmal wieder so einen Rückfall. Viel Krafteinsatz, unrhythmisch. Zum Beispiel schnelles Zurückziehen ist auch ein Symptom oder ein Merkmal von Spielern, die gerade so anfangen. Die ziehen unheimlich schnell zurück und dann stoßen sie meistens auch, ja weil sie das kennen aus Ballwurfsportarten oder Kugelstoßen. Ja wir versuchen ja sonst eigentlich immer ein Objekt so weit wie möglich zu schleudern. Das ist natürlich beim Dart genau andersrum. Und von daher sieht man dann auch die unterschiedlichen Krafteinsätze bei der Beschleunigung. Und das führt dann sehr oft dazu, dass wir erkennen, ah ok, Rückfall. Er ist noch nicht automatisiert. Das sind also ganz wichtige Erkenntnisse, die man haben muss. Und bedeutet nicht immer, dass man inkompetent ist oder eine Lutschpuppe ist, sondern das ist einfach Teil des Lernens. Und sehr viele Dartspieler greifen hier ein, weil sie nämlich sagen, na hat sie schon wieder nicht so gut angefühlt und ach das muss ja wohl daran liegen, dass die Technik schlecht ist und ich verstehe das nicht. Weil sie nämlich genau das hier sehen und sagen, das ist easy, das habe ich in der Woche erlernt. und merken gar nicht, wie komplex eigentlich diese Anforderung an unseren Körper ist. Die wenigsten Dartspieler haben genügend Zeit, um sich diesen Bereich bis zur Automatisation anzueignen. Sie sind schon zwischendurch immer dabei, irgendetwas zu ändern. Liegt einfach daran, weil es zu wenig oder bis gar keine Trainer gibt. Das ist leider, wird noch ewig dauern und ist leider ein Fall, dann muss ich alleine trainieren. Aber wie gesagt, ich muss dann auch wissen, warum ich das so mache. Und das Ziel ist es ja im Grunde durch das Trainieren, diese schon zum Anfang erwähnte Schablone, diese Lochkarte, die zu erarbeiten. Und dadurch bekommen wir eine gewisse Sicherheit. Das heißt also, in unserem Kleinhirn ist jetzt dieses Programm hinterlegt. Wir steuern es an, setzen es um. Und je besser das funktioniert, desto mehr positive Rückmeldungen bekommen wir. Also dementsprechend muss man auch das Training so ein bisschen steuern, um nicht nur immer unter Leistungsdruck zu sein. Und das ist ja auch so ein Ding, was bei Dartspielern ist. Da geht es sofort immer so um Leistung. Average, Average. Und dann ein Turnier und hier ein Turnier, noch ein Turnier und noch ein Online-Turnier. Da geht es ja nur ums Spielen. Und wenn ich also sehe, dass ich in so einer Phase bin der Entwicklung und mich dann ständig mit Stress belaste, da kann eigentlich gar keine Lochkarte entstehen. Also das ist sehr schwierig, hier ein vernünftiges Programm zu erarbeiten. Und was natürlich auch immer sehr schwierig ist, gerade zum Anfang ist es unheimlich wichtig, sich maßvoll dem Sport hinzugeben. Und das heißt nicht, jeden Tag über Stunden und noch mehr Stunden zu trainieren, weil das nicht zum Ziel führt und eher hinderlich ist, sondern die Pausen sind entscheidend. Denn auch das Nervensystem braucht Erholung, um neue Verbindungen zu erarbeiten, die Verknüpfung neu herzustellen. Und jeder, der zum Beispiel so sagt, man muss jeden Tag trainieren, auch schon von Anfang an, der macht auch hier einen sehr, sehr großen Fehler. Das ist aber auch, das sind so diese Leitsätze im Dart, die immer dazu führen, dass viele einfach falsch trainieren und den falschen Ansatz wählen. Und in der zweiten Phase sehen wir ja auch, dass wir im Realen eigentlich über ständiges Wiederholen derselben Bewegung versuchen wollen, dieses motorische Programm zu erarbeiten. Aber hier wäre es Tatsache weitaus besser, wenn wir mit unterschiedlichen Anforderungen, also mit Herausforderungen arbeiten würden, um dadurch das Programm zu stabilisieren, um ein gutes Programm zu erarbeiten. Also die Bedingungen, die wir im Training anwenden, die sind nicht förderlich. Wenn ich also immer wieder dasselbe mache, dann komme ich eigentlich in so einen Zustand, der ist nicht aufregend für meinen Gehirn. Zwar optimal auf der einen Seite, aber es entwickelt sich nicht. Es entwickelt nicht das Programm, wo ich dann ständigen Zugriff drauf habe, auch unter nachher schwierigen Bedingungen. Und das kann man sich dann so vorstellen, dass also variierende Bedingungen eigentlich immer dazu führen, dass man besser aufgestellt ist. Es fördert natürlich, dass man immer mehr, sagen wir mal, an die Grenze kommt und oft die Situation nicht beherrscht. Aber letztendlich ist das dann genau das richtige Training. Also Training bedeutet dann auch, Druckbedingungen zu erarbeiten. Gerade so in der Phase der Feinkoordination brauchen wir diese Herausforderungen. Das heißt aber auch, das ist so ein Geben und Nehmen. Ich brauche dann natürlich auch Ruhe, weil wie hier zum Beispiel in diesem Video erklärt, sind auch die mentale Seite, die wird stark belastet. Die braucht auch Erholung, um wieder geeignet zu sein, die richtige Motivation für das nächste Training oder den nächsten Wettkampf aufzubauen. Und jetzt haben wir ja gesehen, dass also gedankliche Vorstellungen dazu führt, dass wir den Bewegungsablauf positiv gestalten können. Dass wir also auch sogar in dieser Phase der Feinkoordination sogar schon damit arbeiten können, Bewegungsvorstellungen, also mentales Training. Mentales Training bedeutet nichts anderes, wie das gedankliche Vorstellen einer Bewegung ohne das motorische Handeln, dass wir dadurch dann einen Mehrgewinn an Entwicklung bekommen. Das heißt also, ich kann ohne zu trainieren, sondern nur durch das gedankliche Vorstellen der Bewegung, kann ich diesen Effekt des Automatisierens schneller erreichen. Also ich perfektioniere dadurch eigentlich meinen Wurfstil und das kann ich sogar abends machen, wenn ich kurz vorm Schlafen gehe, gehen, vielleicht noch 20 Minuten Zeit habe, kurz abschalten, runterkommen, die Bewegung vorstellen und dann sanft einschlafen. Das ist natürlich dann hervorragend. Funktioniert aber nicht in der ersten Phase der Gruppkoordination, sondern da geht es erst, wie gesagt, da muss man schon etwas für können. Also man sieht, dass jetzt also schon die ersten mentalen Methoden greifen können, um sich zu verbessern. Besonders wichtig ist aber, dass man diese Logik, diese Denkweise, dass man die ins Positive hin perfektioniert, das werden wir aber dann noch im späteren Verlauf sehen. Und ja, wenn wir dann angekommen sind in der absoluten Automatisationsphase, also wenn wir alles perfekt dann von dem Lernstand her erarbeitet haben, dass unsere Lochkarte fertig ist, dann können wir da eigentlich immer sehr gut drauf zurückgreifen, auch unter Stressbedingungen. Und wenn das nicht funktioniert, dann haben wir ein Problem, was oft mental zu verorten ist. Und das ist also im Grunde erstmal die Grundvoraussetzung. Ich will mal zusammenfassen, was wir bisher gesehen haben. Also erstens, das Gehirn ist mit hauptverantwortlich für den gesamten Bewegungsablauf. Das heißt also, die Bewegung wird durchs Gehirn gesteuert. Und hier muss ich erstmal über diese Lernphasen erstmal das richtige motorische Programm erarbeiten. Das heißt, mit meiner Lochkarte, wenn die fertig ist, dann kann ich, wenn das gesamte System hier in Ordnung ist, dann kann ich auch sehr gute Leistungen herbeiführen, herbeizaubern. Dann brauchen wir klare, positiv gerichtete Bewegungsausführungsgedanken, die ich dann ansteuere und sage, okay, hier, der Dart muss da hin. Und dieser Reiz, der muss auch sehr sauber sein. Das heißt also, wie ich es in meinem neuen Trainingsplan drin habe, Wurfhygiene, dass ich also auch wirklich nur daran denke, was zu tun ist. Und mich nicht ablenken lasse durch, was könnte jetzt passieren, was ist vielleicht falsch und hoffentlich mache ich keinen Fehler. Und auch so, wir kennen diese Drucksituation. Da steht also eine Mannschaft hinter uns, die baut auf uns. Wir haben den entscheidenden Dart in der Hand. Da ist ein riesengroßer Druck dahinter. Ich werde mich eventuell mit Sachen beschäftigen, die nicht förderlich sind, um mein Ziel zu treffen. Und da gucken wir uns jetzt noch eine kleine Sache an, das Arbeitsgedächtnis. Und das funktioniert also folgendermaßen. Ich habe nur einen gewissen Anteil an Möglichkeiten, also an Informationsdaten, die hier reinpassen. Das sind also sieben Informationseinheiten. Und das heißt, je sauberer ich denke, was zu tun ist, und ich mich nicht ablenken lasse von irgendwelchen äußeren Reizen, die dazu führen, dass andere Gedanken dazukommen, Gedanken des Versagens, Gedanken an, was ich danach zu tun habe, oder was könnte passieren, oder ja, dass ich also nicht fokussiert bin auf meine eigentliche Aufgabe. Die führen dazu, dass wir Schwierigkeiten haben oder das Gehirn die Schwierigkeiten hat, die richtigen Informationen dann jetzt zu benutzen, um den Wurf auszuführen. Kann man also vergleichen, ich habe sieben Kugeln mit Rot, die schmeiße ich in einen Becher rein, dann oder in einen Trichter rein. Diese Informationen werden dann benutzt von dem Gehirn. Also, es führt die Bewegung aus. Jetzt habe ich also einen gemixten, farblich gemixten Satz, den schütte ich da oben rein und dann wird es halt zu Schwierigkeiten kommen. Das ist natürlich sehr komplex, ist vereinfacht runtergebrochen. Da geht es also auch viel um Fokus, um Aufmerksamkeitsauslenkung etc. Aber das ist ja erstmal nur so ein kleiner Einstieg in die ganze Sache, die zeigen soll, was ist eigentlich so mit unserem easy peasy, wie man es hier so sieht, Bewegungsablauf, wie komplex ist der eigentlich und wie störanfällig der eigentlich sein kann, wenn wir nicht das Wesentliche umsetzen. Und wenn wir als Tatsache aufs Wesentliche herunterbrechen, dann kann gar nichts passieren. Aber überall kommen Ansätze, dieses Muster zu stören, dieses Muster zu zerbrechen und die sind in unserem Kopf. Die werden gemacht durch Emotionen, durch kognitive Probleme usw. Und daran kann gerade Mentaltraining arbeiten. Und ich habe jetzt schon was gesagt, emotional, das ist auch so eine Riesenbaustelle, die dazu führt, dass der Stress, der körperliche Stress oder diese körperliche Veränderung durch die dementsprechenden Emotionen einfach dazu führen, dass wir keinen Zugang mehr zu unserer eigentlichen Bewegung haben, weil der Körper hat sich komplett verändert. Der ist voller Adrenalin und auf einmal verkrampft die Muskulatur. Bin ich jetzt in dem Bereich des Einschleifens, also immer die gleiche Bewegung auszuführen, da ist dann Ritze. Da werde ich den Arm nicht mal richtig gerade kriegen. Da wird dann überhaupt nichts passieren. Bin ich aber aus dem variablen Training, dann weiß ich, okay, das ist jetzt nicht die Situation, die ich mir erwünsche und erhoffe, aber ich weiß darauf zu reagieren. Ich kann arbeiten mit diesem Zustand. Das heißt also, diese Komplexität an Angriffsmustern, die sich also auf unsere tolle motorisierte oder automatisierte Wurfbewegung auflagert, die uns also fertig machen möchte, die müssen wir beherrschen. Sportpsychologisches Training setzt sich aus diesen drei Sachen zusammen. Kognitive Regulation, emotionale Regulation und motivationale Regulation. Und viele sagen höchstwahrscheinlich, naja, motiviert bin ich sowieso, ich gehe jeden Tag drei, vier Stunden ans Startboard. Damit ist eher gemeint, nicht nur, dass man sich zum Training aufrafft, aber es gibt auch Situationen, die jeder kennt. Du bist halt in einer Turniersituation, die schon etwas länger dauert. Die Kraft ist weg. Die Motivation ist doch ein bisschen merklich runtergegangen. Aber du hast noch ein Spiel zu absolvieren. Wie kriegst du es hin, dass du dich jetzt in dieser Situation, in der du dich gerade befindest, nochmal so motivierst, dass es jetzt richtig abgeht. Und das ist sehr oft eine Schwierigkeit. Und da muss man meistens vorher schon angreifen. Das heißt, nach dem Spiel, was schwierig war, da einfach mal so richtig ein bisschen entspannen, relaxen, herunterkommen, neue Kräfte sammeln, bündeln der Gedanken auf das Wesentliche, nicht abschweifen in die Zukunft oder in die Vergangenheit, sondern auch hier wieder ins Zentrum zurückzukommen, um schnell wieder zu regenerieren und dann mit der nächsten Situation besser fertig zu werden. Also wir sehen, alles sehr komplex, alles sehr, sehr, sehr aufwendig. Von daher erstmal eine kleine Einladung wie diese hier heute und wir sehen uns dann nächste Woche mit dem nächsten Teil. Von daher möchte ich aber hier nochmal an euch eine Bitte richten. Natürlich ist es für mich sehr wichtig, ein sehr aufwendiges Projekt, was sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Von daher tut mir bitte einen Gefallen, nutzt die Kommentare, gebt eure Kommentare ab, stellt eure Fragen, gebt Hinweise, Verbesserungsvorschläge, aber nutzt sie und dadurch wird natürlich auch der Algorithmus ein bisschen gefördert. Der ist sehr wichtig, denn wenn ich sehe, dass hier nicht viel passiert, nutze ich natürlich die Zeit für andere Projekte. Und dann wünsche ich euch hiermit noch einen schönen Abend und wir sehen uns. Ciao. Hallo. Hallo.